Ich bin Freier Demokrat, weil mir Respekt für Leistung, Vielfalt und Privatsphäre wichtig ist. Wir leben in einem Land, das eine liberale Demokratie und ein Rechtsstaat ist. Aber der Rechtsstaat kann nur verteidigt werden, wenn die Bürgerrechte auch in der digitalen Welt zur Geltung kommen. Und unsere liberale Demokratie muss verteidigt werden gegen Populismus und Polarisierung, indem man selber nicht einfach nur ein Objekt der Politik ist, sondern selber mitgestaltet. Deswegen sollte man bei den Freien Demokraten und bei den Liberalen mitmachen.